so ich habe mir gedacht ich mache heute mal wieder ein video von den aktuellen rust skins die es gerade mal gibt so dann wollen wir mal gucken no mercy mp5 1,75 euro naja man weiß es nicht man weiß es nicht die dynasty pyson sieht schon nice aus ich werde mir auf jeden fall dieser army supply box weil im kleinen gibt es die selten die werde ich mir auf jeden fall abgreifen einkauf fortsetzen das ist außer frage das sieht auch geil aus aber das sieht auch geil aus ich finde das mit diesem verdammte axt ich glaube die hier finde ich jetzt nicht so geil aber die werde ich mir abgreifen auf jeden fall ich finde ich cool kam gehen sie in den warenkorb bitte ja nein ich will aber nur die im warenkorb muss mein warenkorb warenkorb 1 warenkorb einkauf fortsetzen dankeschön so was haben wir hier denn noch die punkisch boot sehen auch gut aus die sind langweilig die sind langweilig diese boots werde ich mir glaube ich mit den ganzen toten köpfen werde ich mir auch noch abgreifen einkauf fortsetzen so dann gucken wir mal ob wir irgendwas verticken können community markt die 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 ach nein ich kann den markt gerade nicht weil ich habe mein handy ach manno verdammte axt ich habe nämlich mein handy um diese einschränkung ich habe mein handy neu gemacht und dann hatte ich mein steam code nicht mehr und schade eigentlich also kann ich gerade nichts verkaufen muss ich ein paar tage warten ich glaube mal warte mal was waren das gerade ist die no mercy schon da drinnen ach no mercy ak 47 ok so dann gucken wir einfach mal was der markt so hergibt langweilig 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 okay dann machen wir es noch mal anders dann gehen wir noch mal ein bisschen zurück hier bm 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 so warenkorb 3 euro 10 für mich selbst kaufen natürlich autorisieren aber jetzt brauche ich bestimmt wieder den komischen code nein doch nicht brauche ich nicht sehr schön okay das war diesmal ein kurzes video weil wer ist denn online okay das habe ich mir als letztes gekauft für einen guten kurs und das auch in kobalt für finde ich ziemlich cool also finde ich in schöner kühlschrank ich glaube ich muss noch mal wieder ein bisschen zocken den habe ich schade ich kann ihn auch leider nicht verkaufen und er steht bei 4 euro 83 ärgerlich junge ich wollte noch ein paar sachen loswerden aber es war auch so ein reinfall was ist damit die preisen ist auch nicht so gut der ist auch nicht so gut 2,95 die sieht aber zu geil aus die muss ich für mich selber behalten ich müsste auch das garagentor ist so scheiße zurzeit gehen die preise wieder ein bisschen runter außer für so eine sachen base invaders der steht immer über über drei euro die box steht auch nicht so gut aber gut das war es erstmal was ist mit dem oder steht auch schon bei 230 vielleicht werde ich ihn auch mal wieder verticken weil ich zocke in letzter zeit einfach ein bisschen zu selten die habe ich jetzt auch gekauft ob die schiebe 1,19 preis gesunken was kosten der hammer 2,65 der war auch mal so der derbs gut aber nein aber ist egal ich wünsche euch erst mal noch einen schönen tag bis denn dann tschau sofern ich irgendwann mal dieses ding